rüber weg rüber weg wo sind andere rüber weg oh das ist ohne Punkt ich hab's so drauf Leute nennt mich Captain 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 und Katzen was hast du jetzt die Sniper komm raus ne Weihnachtsmann der hat ein feines Geschenk für dich ooooh sowas muss Gott sein nenn mich Captain Gotteiler kann über Wasser laufen nach dem hier aus dem Menschen Schädchen in die Höhe Schwellen Schwänchen Schwänzchen in die Höhe er ist gut jetzt das ist durch die Schicht der Soldaten die Tieren Musik in Bayern der Kerstoff zu werden da ist ein Jahr wie bei uns ja seit Lager der Zeit aber es ist nur ein Nürnberg zu den Kommentaren schruten Prozent wie er mich jetzt gestört mich jetzt gestresst zum 0 Pausen war eine Stimme aus der Kaxi werden zum hessischen mit dem Markt Teil schlechte Meistern und dran ich habe mich das System angucken das war Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories für die Playstation 1 total geiler Spiel habe ich nie durchgespielt warum eigentlich nicht dann zum Glück habe ich dafür die Show kann beginnen nicht mehr eine ganze Animation aus an diesen Scheiß Knopf gedrückt hat nein spiele ich hier Mafia 2 oder was lass mal gucken hoffentlich werde ich nicht seh krank Fick dich was mich nicht sieht kann mich nicht sehen was mich nicht sieht kann mich nicht sehen was zur Hölle das das muss ich mir vorstellen das wär's da ganz cool fährst hoch sitzt da als gegnerische Soldaten auf einmal kommt hier so ein Scheiß Fahrstuhl hochgefahren auf der anderen Seite sichtbar er versucht auf dich zu ballern du kannst du schießen bei die Munition der ist das war das denn jetzt das Wasser wird deinen Fall bremsen ja 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 ist klar ich habe grünes licht habe ich etwa hier Bioabfall bei mir drinnen er ist dafür schuldest du mir aber ein er muss uns eigentlich wissen denn er wird sich da jetzt um die Kasten Kronbach hat zusammen wo sie auch mal Reza wie ist der Status etwas höher als angenommen ich werde es überleben ich würde aber auch immer noch nicht bilden letztlich Prozent und das ist ein ein Jahr abwornen ich gehe das in die unbesiegbar Hey Leute! Hey auf! Mein Gott! Hallo? Ich verarsche! Meine Fresse ey! Kann es sein, dass er beim Schwimmen auch irgendeine Energie verliert? Hallo! Bleib doch mal über Wasser jetzt! Tatsächlich, wenn er schwimmt, verliert Energie! Stimmt mit dir nicht! Du bist ein verfickter amerikanischer Soldat! Du kannst es nicht abzuschwimmen? Ist mir scheißegal wie viel du da drauf hast! Du hast einen scheiß Sniper dabei! Mir hast du nicht dabei! Okay! Logikfehler ey! Zum Heulen! Sollte mal so eine Logikfehlerklasse mal einbauen hier! Soll ich den ganzen Scheiß nochmal? Das ist doch dumm, Alter! So! Jetzt! Die Schuhe können beginnen! Warten mal! Sollte 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 mal! und dort 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 wo ein gefunden soll sie Stanislavski um Schaeskerl jetzt die Pistolen-Money auch schon wieder leer die die was die Munition Muni Sandkasten voll jetzt ja doch Munition so Umgebung sichern alter Schwede so wir machen es jetzt mal ein bisschen sag ich ja hier ein bisschen knackiger hier ich versteh es nicht sich verarschen jetzt stopp halt ich finde es gut dass du wenigstens keine Granaten haben bleib mal da wo du bist so was andere kollege mit ruhe mit der schlechte anders geben sie Gas sie haben hier einen ganz knappen Zeitplan diese Biowaffe muss unbedingt sichergestellt werden verzeichnet was soll das bedeuten Captain mir ist das Missionsziel voll bewusst General stellen sie nur sicher dass dieses mal ein CSR Team bereit steht ich habe auch vor unsere Männer oder sekundäre Einheiten wenn ihnen das lieber ist da herauszuholen egal was es kostet 3 2 3 2 nur ha 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 nur mit der schlechteste Schaffschutz den man je gesehen hat so 10 Meter noch 10 Meter geschafft jetzt geht es los hier ist 3 2 Ziel erreicht Lagebericht können Sie die Position der Zielperson identifizieren over negativ im Moment nicht Heli im Anflug auf 6.31 Uhr nicht auffallen ich bin hier guck guck Helikopter gelandet ich sehe Kalalo kein Zeichen von Merinov oder dem Paket Uniform positive Identifikation unserer Leute sie sind ok aber unter schwerer Bewachung Bewegung nahe der Landebahn Osten ok hohrangiges Ziel in Sicht Sichtbestätigung dass das Paket in das Flugzeug geladen wird ist Scheiße ich glaube nicht dass unsere Jungs zusammen